Die Erbauer hatten kurz davor gestanden, den Sprung über den gewaltigen Abgrund zur Nachbargalaxie zu wagen. Bisher waren die Antriebsmaschinen ihrer Schiffe hierfür trotz aller Hochtechnologie noch zu langsam gewesen. Eine Durchquerung der gähnenden Leere zwischen den Galaxien hätte auch mit ihren schnellsten Raumschiffen immer noch mehrere Lebensspannen benötigt. Der Durchbruch einer neuen Antriebstechnologie hatte unmittelbar bevorgestanden, als man auf die Gefahr aufmerksam geworden war. Daraufhin waren die Anstrengungen, den ungleich schnelleren Antrieb zu entwickeln, vervielfacht worden. Denn es gab trotz ihrer Hochtechnologie nichts, was die Erbauer der Gefahr hätten entgegensetzen können. Somit blieb nur die Flucht in eine andere, weit entfernte Galaxie. Und hierzu benötigte man den schnellen Antrieb. Doch diese Flucht hatte ihren Preis. Es war schlicht unmöglich, alle Bewohner der tausenden von Kolonialplaneten aus Heimstadt und den umliegenden Zwerggalaxien in Sicherheit zu bringen, ehe die Gefahr nach Schätzung der Wissenschaftler in wenigen tausend Umläufen eintreffen würde. Obwohl dies eine lange Zeitspanne zu sein schien, war sie in Wahrheit viel zu kurz, um ein solch gewaltiges Sternenreich vollständig evakuieren zu können. Gut die Hälfte der Bevölkerung würde zurückbleiben müssen, was verständlicherweise unter den Betroffenen wenig Begeisterung ausgelöst hatte. Wer zurückbleiben musste, würde der Gefahr schutzlos ausgeliefert sein, wenn sie Heimstadt erreichte. Es kam sogar zu militärischen Auseinandersetzungen, zu lokalen Bürgerkriegen, was bei der grundsätzlich friedlichen Spezies der Erbauer bislang als undenkbar gegolten hatte, die den Niedergang etlicher Kolonien nur noch weiter beschleunigten. Schließlich war es soweit und der Exodus konnte beginnen. Er zog sich über beinahe 2000 Umläufe hin. Die zurückgelassenen und aufgegebenen Kolonien, soweit sie in den bewaffneten Konflikten nicht zerstört worden waren, fielen in kurzer Zeit ohne die Unterstützung durch die Zentralregierung teilweise bis auf eine vorindustrielle Entwicklungsstufe zurück oder gingen sogar vollständig zugrunde. Keine von ihnen war in der Lage, das ursprüngliche Hochtechnologieniveau auch nur annähernd zu halten. Nichts von dem gewaltigen Sternenreich, das über Hunderttausende von Jahren errichtet worden war, würde den Abgrund der Zeit überdauern. Doch die Erbauer der Station unter dem Eis des Mondes eines Gasplaneten einer unwichtigen weißen Sonne irgendwo inmitten einer der größeren, Heimstatt vorgelagerten Satellitengalaxien waren davon überzeugt, dass in ferner Zukunft, wenn die Gefahr vorübergezogen sein würde, irgendwo in Heimstatt Spuren ihrer einstigen Größe überlebt haben würden. Sei es in Form technologisch zurückgefallener Kolonien, die sich eventuell wieder zur alten Größe würden aufschwingen können, oder auch, weil eines der vielen Saatkörner, die sie überall in Heimstatt hinterlassen hatten, aufgehen und neue Zivilisationen hervorbringen würde. Sie wollten sicherstellen, dass ihr vielfältiges Vermächtnis die Gefahr überleben würde. Und dass nicht jede Spur ihrer einstigen Existenz und ihres Wirkens in der Heimatgalaxie ausgelöscht werden würde.